Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir schauen uns noch mal den neuen Track von Jack von Crack an. Zahnräder heißt er, produziert von Nilo. Und einige von euch haben mir geschrieben, ihr sollt reinhören. Mach ich doch sowieso, Leute, ja? Mach ich doch sowieso. Erkennt mich doch, ja? Erkennt mich doch. Leute, Link zum Original ist wie immer ganz oben in der Beschreibung. Geht nochmal darauf, lasst bei Jack ein bisschen Liebe und einen großen Kuss von mir da, ja? Und, äh, dann schauen wir rein. Los geht's, Alter. Ich hab Bock. Ich hab auf jeden Fall Bock. Ist irgendwie EP oder sowas? Nee, das ist einfach nur ne Single. Ist ne Single. Sehr nice, Freunde. Let's go. Geiler Beat schonmal. Geiler, geiler Beat. Uh, interessantes Musikvideo. Interessanter Artstyle. Boah, ey, gute Reime. Polarbärenfell. Grabräder hält. Zahnräder. Was hat er gesagt? Boah, stark. Starke Reime, Alter. Boah. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Fick deine Frau auf den Polarbärenfell. Denn der Pastor grad eine Grabrise hält. Auf der Jagd nach dem Geld. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Jack von Track. Eure Majestät. Der Großmeister. Ich grade von Freundlichkeit geprägt. Was du stressbar ist im Hohl. Gehst du Huren, so ein Popatronen durchs Flächern. Danach erst mein Säure eingelegt. Ey, ich schreibe die Stufen auf. Meistens im Drogenrausch. Der Satan des Raps. Euer Oberhaupt. Wie wollen Jack? Boah, das war schön. Der Satan des Raps. Euer Oberhaupt. Leute. Ich muss sagen, manchmal, wenn ich schlechte Zeiten habe, bete ich auf jeden Fall auch an Jack. Und dann werden alle meine Wünsche natürlich in Erfüllung treten. Raffigte ist in jedem Stadtpark. Doch man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Rätchen mit den miesesten Block Bros. Und Tina sind die größer sind als Steve von Pinot. Yo. Ah, ich bin ziemlich drauf. Meine West ist nur fein. Nicht beim Kopsen mal niesen muss. Da gibt es nichts zu diskutieren, du schmackst. Starke Leine, Alter. Leute, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ich stelle an euch drin, von wem das Musikvideo ist. Die Animation. Hat er wahrscheinlich auf Instagram irgendwie gesagt. Mal sehen. Trefft dich die Frischpolierte, die will am Kopf. Es ist Jack von Kred. Deine Welt in den Schatten stellt. Ich mach Rap-Money. Du kriegst Taschengeld. Das Rahnfleisch ziemlich betäubt. Ja, V-Talk war einig. Und inhalieren das Zeug. Auf dem Asphalt dein Kiefer zerstreut. Ich zieh mal am Scheut. Ich fick deine Frau auf den Polarbeerenfell. Der Pastor gerade deine Grabrede hält. Auf der Jagd nach dem Geld. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Ich fick deine Frau auf den Polarbeerenfell. Der Pastor gerade deine Grabrede hält. Auf der Jagd nach dem Geld. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Sie haben mich jahrelang fertig gemacht. Jetzt zerfick ich sie und sie spüren die Schmerzen zum Takt. Crackheads hinter mir nicht mehr zu bremsen. Nächte lang drauf, um das Business zu lenken. Ich marschiere durch mit satanischen Zeilen. Deutsche Rapper klingen gut, doch labern nur scheiße. Keine Punch. Ja. Einige klingen scheiße und labern scheiße. Und einige klingen gut und labern scheiße. Und sehr wenige klingen gut und labern keine scheiße. Eins mehr in diesem Rap-Geschäft. Hier ist eure letzte Hoffnung. Jack von Crack. Ich habe mich aus dieser Dunkelheit gekämpft. Ein Junge mit Talent. Und bald wurde seit dem Trend. Die Bullenschwein rennt. Ich habe die Tokare mit Punchlines geladen. Und unter meinem Hand. Ich höre auf meine zweite Stimme im Kopf. Dass es klapsel muss. Ich bin ein bisschen bekloppt. Sie spüren an ihrem Hals die Gun. Leute, hier nochmal diese extra tiefe Betonung. Man denkt die ganze Zeit, okay. Jack hat ja schon naturalmäßig so eine sehr krasse Stimme. Viele wissen nicht. Seitdem er drei Jahre alt ist, hat er diese Stimme. Er war ein Autounfall. Er hat ein bisschen Motoröl konsumiert. Und seitdem er drei Jahre alt, hat er wirklich diese Stimme einfach naturalmäßig. Und hier war es noch ein bisschen tiefer, Alter. Ich bin ein bisschen bekloppt. Jetzt. Sie spüren an ihrem Hals die Gun. Boah. Sie lehnten sich mit dem Falschen an. Das Sahnfleisch ziemlich betäubt. Sie wollen Rap auch den allieren das Zeug. Auf dem Asphalt ein Kiefer zerstreut. Ich zieh mal am Freund. Ich fick deine Frau auf den Polarbärenfällen. Der Pastor gerade eine Grabrede hält. Auf der Jagd nach dem Geld. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Ich fick deine Frau auf den Polarbärenfällen. Der Pastor gerade eine Grabrede hält. Auf der Jagd nach dem Geld. Und in meinem Rap-Mechanismus drehen die Zahnräder schnell. Schön, Alter. Sehr, 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 sehr schön. Stark, Leute. Laster Video gibt es alle nochmal einen Daumen nach oben. Da geht er rauf. Push das Ding nochmal ein bisschen. Und gönnt, Leute. Gönnt. Ja, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit. Zum Ende, was soll ich sagen? Schöner Track. Ich fand hier eine mal Zungen ganz cool. Schade, dass nicht drinsteht, vor wem das ist. Vielleicht wird es auch noch hinzugefügt. Ich fand hier eine mal Zungen ganz cool, muss ich sagen. Besser als gar keine Musikvideo. Und die Hook war sehr, sehr gut. Da haben mir die Reime gefallen, Alter. Grabrede hält. Polarbärenfällen. Zahnräder schnell. Sehr gut. Sehr, sehr stark, Alter. Vom Sound her gut. Und hat mir Spaß gemacht. Waren gute Zeiten dabei. Bisschen Real Talk wieder. Und halt der gewohnte Jack von Crackfas erwartet man da, ja. Also man bekommt die gewohnte Qualität an dieser Stelle, ja. Leute, lasst mir auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben, damit das euch gefallen hat. Schreibt mir mal eure meinungsvollsten Track in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh so wie immer. Und ciao.